Hey, komm zurück, du Feigehund! Ähm... Äh... Nein, nicht... Wieso? Weil ich runtergedrückt hab. No, Mann! Ich bin jetzt Storm! Stormi! Außer du willst Storm sein, dann wechsel ich wieder auf Marika. Vielleicht. Mal sehen. Gut, Marika! Aber erst, wenn das Knopper rum ist. Obwohl, die konnte so cool wirbeln, ne? Ging das nochmal? Wie ging das? Oh, Moment, ich muss die jetzt mal aufladen. Lass mich in Ruhe, ich muss nicht aufladen. Huch, du hast die vorweg geschleuert. Geht da. Der Xavier kann übrigens froh sein, dass er Xavier heißt und nicht Zava. Hä? Wie der Sturm der letztens war. Ah! Aktuelle Themen im Let's Play. Ekelhaft. Hä, welcher Xavier? Dieser Sturm muss ich alle... Nein, welcher Xavier? Der Glatzkopf von den X-Men. Der Chefe. Ach so. Der heißt Xavier. Ach so. Xavier. Nein, du. Ach so. Ach so. Ach so. Ach so. Ja, ich glaube, du hast es verstanden. Ach so. Das war jetzt voll lustig. Ich ja, ich weiß. Aha. Äh, okay, hier kommt er nicht weiter. Aber hier. Da musst du bestimmt was machen. Ich will aber hier rumwirbeln. Ach so ne, schon gut. Ich brauche mal zusammen. Und jetzt musst du was machen. Ich will hier rumwirbeln. Jetzt musst du aber was machen. Oh. Arbeite. So. So. Die Wand sieht nicht stabil aus. Die hätte auch kaputt hauen können. Oh. 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 Oh nein. Ich bin nicht mehr aufgeladen. Nein. Wir müssen an diesen Kanonen vorbeikommen. Kanonen? Oh Gott. Die da. Ah. 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 Wie? Ähm. Äh. 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 Könnt ihr das Ding mal bitte auf... Könnt ihr mal aufhören, die Kanonen von mir wegzulenken? Du auch? Oh. Oh. Komm mal her Ding. Irgendwie funktioniert das gerade nicht. Ah. Danke. Äh. Wohin? 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 Äh. Wohin? Jetzt sind wir rüber. Ganz klein. Ich stehe auf das Flugschiff so. So. Steine. Wirbel, 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 wirbelst gerne, ne? Ein bisschen. Piu, 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 piu. Miao. Miao. Wie ich sehe, habt ihr schön mit meinen Haustieren gespielt. Mal sehen, ob ihr auch gerne hier mitspielt. Spielzeug? 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 Piu, piu. Der Rhino. WTF? Warum seid ihr mir gefolgt? Ich will doch nur alleine sein. Was ist mit ihm los? Er hat ein soziales Problem, glaube ich. Ich merke schon. Piu, 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 piu. Oh. Ach, den nicht. Wo ist der? Irgendwie schocken die das Ding hier ständig und ich... Ich glaube, wir müssen irgendwie gegen eine Wand locken oder so. Das ist so das typische Hallo, ich bin ein Nashorn-Prinzip. Nashorn? Weil kaputt hauen kann ich den nicht. Aber erstmal müssen die Kleine weg. Kann man ja wieder irgendwas zusammenbauen? Weiß nicht. Ich versuche gerade zu landen, aber es gibt ihm nicht. Hallo. Olle. Wo ist er denn? Olle. Top. Kack, weib. Nein, nicht wieder. Ne, piu, piu, piu. Steuerung. Schlüssel. Hallo. Kann ich bitte... Die Kamera ist auch gerade zu viel, weil... Ahhhh. Wie komme ich denn hier wieder runter? Wir landen halt. Lange was drücken. Ah. Das klappt nicht. Oh. Ich war unten. Okay. Lass doch mal sein hier. Ich muss hier was zusammenbauen. Ach, du kannst doch doch was bauen. Ja, schon die ganze Zeit, aber ich bin nicht auf den Boden gekommen. Ach, komm ey. Musik so. Was ist das jetzt? Ein Apfel. Ein Türbis. Tomate. Da muss er jetzt reinrennen oder was? Ich weiß nicht. Was? Was? WTF? Huch? Er hat dich ein bisschen geworfen. Er spielt mit mich. Ping-Pong. Äh, wie sollen wir ihn jetzt treffen? Ich weiß nicht. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Wo bin ich? Ich verstehe das nicht. Hä? Hä? Das ist ein Lego-Spiel und wir verstehen die fucking Bosse nicht. Äh. Kannst du mal aufhören, mir hinterher zu rennen? So. Was ist da dagegen dem Batsch? Hm. Ah, Y. Wo bist du dann? Du musst das beschwert machen. Ah. Ah. Ja. Pronk. Wow. Das war's? Es ist nun nicht vorbei. Okay, anscheinend nicht. Darum schwebt Magneto rum. Ich weiß. Was macht der da oben? Der baut irgendwas auf. Ich muss wohl alles selber machen. Oh, oh. Ich glaub, das ist jetzt dein Part. Was? Sein Schild ist zu stark. Meine Kräfte können nichts ausrichten. Aha. Okay, doch nichts. So viel dazu. Ich kann sowas machen. Oder wir sollen aus den Dingern was bauen. Ah. Das hat mich gerade zerplopst. Zerplopst. Erstmal aufhören immer auf mich hinzu. Plopsen. Das ist genau das, was wir brauchen. Bauen's zusammen. Ah. Jetzt kommen hier Binos und jeweils ein Steinchen. Ich dreh durch diesen Amboss. Oh komm, pliss. Ja. Game, pliss. Ich seh ihn nicht. Ach jetzt. Troffen. Attacke. Tju, tju. Hä? Was? Ich hab ihn einmal getroffen. Okay. Diese blauen Steine, ne? Oh nein, sie schweben. Oh nein. 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 Wir müssen es kaputt machen. Imatmen. Oh nein. Are weote. Er immerhin kann man sich nicht kaputt machen. Doch, ich glaube Sachen zu bauen gerückt nichts als stärker und loser. Ich weiß, baust du gerade? Ja, ein Wecker. Warum auch immer ein Wecker? Attacke! Okay. Braucht er jetzt? Ein Tisch. Ein Toaster! Eine Mikrowelle. Ein Kühlschrank. Oh, Noms. Ich freue mich schon aufs Noms. Ich mag Noms. Was denn? Noms? Irgendwie reden wir über jeden Let's Play über unser Essen. Das ist voll schlimm. Ja, aber Noms? Das ist wichtig. Ja. Ist das eine Bratpfanne? Ist das echt eine Bratpfanne? Das scheint so. Kann ich das jetzt aufhauen? Oder musst du dafür? Nee, nee, das haut sich von alleine auseinander, glaube ich. Ach so. Ich verstehe das. Da, jetzt. Und jetzt kannst du es zusammenbauen. Du musst halt nur ausweichen, bis es kaputt ist. Ach so. Sieht aus wie eine Bratpfanne. Könnte auch ein Mikro sein. Hm. Ne? Aber okay. Letztes Mal. Arzacke. Nya. Punk. Was bewirkt diese Metallbiegelkanone? Seine Kräfte zu verbessern, oder was? Nun, dann den Kräften gehen besser mal. Mystique. Natürlich. Das hält sie in Schach. Also, wo ist Magneto hin? Ich sehe schon, eine Steigerung der Höhe bedeutet nicht gleich eine Steigerung des IQ, Benjamin. Ich nehme die ganze Insel mit. Also, die ein Stück. Was haust du? Ich kann das doch nicht einfach mitnehmen. Bla, bla, bla. Oh, macht sie bla, bla. Bla, bla, Kat. Äh. Äh? Sequenz. Wir sind da. Nicht gerade ein Palast, aber schon okay. Bauen wir die letzten Teile zusammen, dann kann ich mich endlich rächen. Du dich rächen? Du meinst, dann kann ich herrschen. Ja, ich versprach mich. Hey, wow. Erinnere mich daran, dass U-Bootwerfen definitiv keine Attraktion in meinem StarClan-Vergnügungspark wird, okay? Aber das Iron Man-Musical überhältst du? Magneto muss wissen. Beruhig dich, beruhig dich. Mach uns hier nicht den Hulk. Ich muss dem Professor Bericht erstatten. Ähm, hallo? Nick Fury? Rufe Nick Fury. Nicholas Fury. Kann ich dir das Shield-U-Boot in Rechnung stellen, dass du zu Schrott gefahren hast? Schick sie an Magneto. Wo ist er eigentlich? Auf den wartet noch eine ganz andere Rechnung. Er, Doom und Loki befinden sich auf einem schwer bewaffneten, schwebenden Asteroiden und basteln an etwas, was wie eine gigantische Superwaffe aussieht. Holen sich diese Typen denn nie einfach mal nur einen Kaffee? Oder spielen Schach im Park? Ich habe ein neues Flugspielzeug gebaut, das perfekt dafür ist. Ich nenne es... Lass mich raten. Der Stark Jet? Ach ja? Stark Tower, Stark Industries, Stark Land. Irgendwie hatte ich das im Gefühl. Also, wo ist denn dein Jet? Der ist fett im Central Park geparkt. Glaube ich. Dann sputen wir uns. Ganz ehrlich, ich bin... Hast du das jetzt weggedrückt? Nein. Okay. Ich habe nur bewegt, festgebt, dass das jetzt weggedrückt hat. Ihr müsst diesen Schurken in den Orbit folgen. So. Aber da wir jetzt hier aufnehmen, damit ihr für heute eine Folge habt, also für euch gestern... Hören wir jetzt auf, oder? Ja, ich muss das noch ändern. Was? Was? Aber... Wir können dann morgen mal aufnehmen. Bist du morgen noch da? Ja. Okay. Oder heute Abend noch. Oh. Oder willst du jetzt weiterspielen? Ich will da aufhören. Ja, aber dann gibt es heute keine Folge. Oh, okay. Weil ich muss das ja noch schneiden und rendern. Sehr gut. Bis zum nächsten Part von Lego Marvel. Während du sich an imaginären Decken festklebt. Ja, das tue ich. Ich hänge mich am Himmelszelt. Okay. Ja. So funktioniert das nämlich. Okay. Ich will doch gerade was ausprobieren. Was denn? Kann der auch hier so Rände hochklettern? Äh, müsste. Ja, ne, der klebt dann immer so. Ach so. Oh, ich will aber... Ich will so hochklettern können. Das geht nicht. Das kann Venom auch nicht. Menü. Zwosch. Zwosch. Ich bin hier oben. Klopp. Zwosch. Hä? 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 Was bist du denn? Ich bin hier oben. Äh. Echter. Klopp. Ah, Hilfe. Hui. 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 Jetzt haut sie wieder ab. Hä? Wie sie mal abhaut. Ich will höher. Ich will noch höher. Oh. Okay, also dann... Ja, bis zum nächsten Fall. Tschüss. 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 Tschüss.